und fertig hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play roots of pacha ich habe mich erst mal vorbildlich um meine väter gekümmert und werde diese jetzt ernten wenn wir was irgendwer der gerne werden will das geht nicht das sieht immer alles so das hier verleiht nein das hier geht aber pflanzenkenntnis gestiegen okay ich würde sagen ich würde aber noch ein paar mehr sehr gut und dann noch die stimmen so alles klar oh da ist mein strauß war nur strauß ich habe nass gemacht strauß da erst mal den strauß finden wo ist er nur okay wir haben einiges zu erledigen inter hat eine neue idee inter möchte die art und weise ändern wie die japaner angeln das klingt sehr vielversprechend akre hat meine obsidian sich beendet seda schwirrt die idee mit dem die noch herum und das dauert noch ein bisschen okay okay dann gehen wir mal runter und reden mit denen was eigentlich über die los obi was hast du denn so erzähl mal samen ansehen amaranth wahrscheinlich alle sachen die ich selbst habe gut dann warte ich noch mal zu unser gehen oder wie sie noch mal hieß ich müsste ja theoretisch perpetrisch genug haben das hier alles mit spät haben aus denn ist ja schon bei der werkstatt hallo kinos ja sie sehr gut hi ja es ist eine sehr schön ok danke ok hast felfel verlieren sehr viel fell so hier habe ich alles ja dann eine obsidianhacke auf arbeit im boden ohne gehen zu müssen das werkzeug finde ich auch girl auch auberstin samen so ich kann ja auch mal hier so testen äh nein oxidiansische ähm ah ok was ist denn das hier da ist doch was vertrocknet das habe ich gar nicht gesehen und hier ist auch was vertrocknet na doll und ja auch ich benutze mein feld nicht optimal gut dass ich das jetzt hier gesehen habe stellt euch vor ich muss hier echt und hier ist auch nicht gedüngt ja ich muss hier eventuell mal vielleicht nicht ja da unten mal einen weg lang machen damit ich das auch alles sehe hier steinboden brauche ich erstmal stein dafür ups ähm ich würde jetzt hier mal so ein bisschen was weg hauen ok Fiber Fiber so ja meine energie ist schon wieder fast leer perfekt das ist nicht gut aber ist ok ähm und was haben wir denn hier wo ist denn ob sie denn haben ach ne jetzt habe ich jetzt gerade der erste in Auftrag gegeben als andere nevermind ok cool 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 da haben wir uns jetzt hier auf jeden Fall schon mal ganz gut gekümmert dann werde ich nach oben da reinwerfen die könnte ich auch noch verkaufen mit dem Erkohl verkaufe ich auch mal direkt die wilde Erdwehre behalte ich jetzt auch mal noch ja ja der Zopf und wenn wir hin und her gucken Kompost ok sieht schon bunte aus wenn das Zeug noch auch mal irgendwie fertig wäre oder so das wäre sehr cool so Pflanzenfasern man kann sie auch zum Füttern verwenden denke ich so wo ist denn jetzt schon wieder Annemarie Annemarie komm mal bitte ran Dankeschön los geht's ich würde erstmal hier wird reinballern es ist nicht viel aber alles was ich habe so ähm wo ist denn jetzt er spricht mit Insa wo ist denn Insa wahrscheinlich unten am ähm ne die ist hier oben oh damit habe ich jetzt nicht gerechnet ok cool dann auf zu Insa dann red mal mit ihr und dann zeige ich euch noch äh was ich gefunden habe auf Screen im 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 in den Höhlen das ist mir ja neulich eingefallen in der letzten Folge nämlich so was geht ab Freunde mir fällt gerade ein ich kann ja jetzt auch ich habe ja besseres Zeug das heißt was machen die denn hier alle was ist denn hier los als ich ein Kind war wollte ich über alles etwas lernen jetzt kann ich äh das mit den Kindern hier teilen warum chillt ihr hier so aber was ist hier los und chillen die auch also hier ist ja richtig was los das happening ich nehme einfach mal so ein kleiner Parasit alles mit gucken ob wir noch ein paar ähm Erdbeersamen haben da Erdbeersamen Samen ist günstiger als kaufen so wo ist denn jetzt hier die Tosnel da sitzt die hier irgendwo ich sehe da wo ist sie denn da oben am Fluss am See am whatever am seeigen Fluss der Segenhaftigkeit oh guck mal Annemarie das sieht aus wie du da ist er hey ich liebe angeln aber in letzter Zeit haben das hat das viele Brücken um meinen Rücken geschadet äh Bücken um meinen Rücken geschadet nicht dass ich alt wäre was wäre wenn wir ein starkes Holz hätten an dem wir einen scharfen Stein befestigen könnten uh einen Speer wahrscheinlich Hartholz und Feuerstein und wir brauchen noch ein paar mehr Clan Reichtümer ok geht mal hin so Annemarie weiter geht's gut dass wir drüber geredet haben was ist denn hier heute los Dienstag heute ist ja ja richtig krasse Versammlung der coolen Dudes und Dudettes okidoki okidoki ähm dann geh ich jetzt erstmal ich geh erstmal hier rein es geht Leute so ich geh in den dunklen Raum ein sehr dunkler Raum yo oh man ist mir leid das wird jetzt hier so alles so doof ausgekiht es ist warte mal mal gucken ob ich irgendwie noch was ändern kann es ist halt nee es geht immer noch nicht es ist halt so so jetzt ein bisschen besser hoffe ich wahrscheinlich sehe ich dann noch beknackter Ausgleich wenn dass die Lichtstimmung sich wieder ändert aber das ist ich hoffe das geht erstmal wie gesagt ich müsste eigentlich mal was machen so äh übrigens bin jetzt hier irgendwie oben rum und habe hier das Licht angemacht das heißt wir können hier äh Steine wegballern so ungefähr guckt es euch an aha mit einem Schlag sogar ich bin grad schon ein bisschen impressed so und wenn man weiter geht sieht man das hier ist das nicht krass bemalen ah ich habe eine Hand drauf gemacht eine Brücke in die Vergangenheit deine Vorfahren tragen zum klaren bei 500 Beiträge hinzugefügt cool das fand ich irgendwie cool und dann habe ich da jetzt auch dran gepatscht ja weil ich bin eine Patscher oh Gott ich hasse mich this is funny okay haben wir das schon mal geschafft ähm ich habe ja jetzt auch einen besseren Hammer äh ne gucken wir da auch mal huiiii so geh mal rüber huhu ich weiß gar nicht ob ich das noch groß obsidian für irgendetwas brauche ich kann es ja trotzdem mal mitnehmen wenn ich es sehe weil ich ja jetzt ähm den anderen Weg gehen möchte weiterkommen möchte ich schnurps mal noch was hey obsidian was geht das schaut ist kaputt und ist schon komm ich nehme es mal mit lieber äh zu viel als zu wenig haben ja Minipu Minipu hat wieder äh äh ein Bedarf Mehlwürmer zu kriegen aber sie klingt grad keiner Minipu muss ich gedulden meine kleine Wachtel so zack zack so ich pass auch noch mit ok weiter geht's liebe Leute äh nehmen wir das hier noch so und los geht's oh oh komm hier obsidian ich brauche dich so ähm na guck mal ne hier gibt's ja einiges zum mitnehmen I guess oh Leute was ist denn das jetzt hier ist ja schon wieder machbar platz hier ach jetzt kann ich hier lang oder was ist das doch mal ernst ist das doch mal ernst von zwei jahre äh das war irgendwie so ein krasser edelsteinsteinstein ich hab keine Ausdauer mehr 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 Mist los ist noch was perfekt ha 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 obsidian nehmen wir auch noch mit äh hier ist egal wie rum rumi numm ich bin grad ne faule Sau ich will nix weghauen oh jetzt muss ich auch was weghauen nooo ach komm ähm zack hey hey das hier hey au dann wieder hier runter man habe ich einen edelstein da als ich mitnehmen können das ärgert mich gerade voll irgendwie äh ja okay ja das sieht ja sehr verdächtig aus wenn ihr mich fragt ich schau hier mal alles ein bisschen klein boah das ärgerst mich da gab es anscheinend irgendwie edelsteine ich hab die nicht gekriegt weil ihr wisst schon mein hammer zu kacke war oh 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 ja sind das rubine ja ja piece ok hab ich noch mehr platz ich würde gerne an dieser stelle auch ähm wieder ähm nen Shortcut kriegen irgendwie genau ich glaube hier gehts auch noch weiter dann ich muss das mal jetzt hier gucken gllllllllllllllllll Gibt's Shortcut? Da ist auch noch mal ein Shortcut anscheinend. Boi. Ich zache einfach mal alles ein bisschen und hoffe das Beste. Ja, jetzt haben wir hier unten den Shortcut. Was ist mit dem hier oben? Kommt der später? Oder ich mach mal hier ein bisschen weiter in der Hoffnung, dass hier was passiert. Ich meine, das sieht ja sehr eindeutig danach aus, oder? So, ein bisschen aufpassen wegen meiner Energie. Zur Not nehme ich erstmal, äh, doch da unten den Weg. Da ist aber eben gerade nicht so viel Energie übrig, um solche Schlawenzelchen. So. Ja, komm. Ich quetsche mich mal hier vorbei. Ha- Oh ja, sehr gut. Ein Shortcut. Niemandsfelsen. Okay, cool, cool, cool. Oh Gott. Ich sehe hier fast gar nichts. Was ist denn da oben schon wieder? Was ist denn hier los? Ah, da kann ich keine Schlange oder was? Hä, wieso kann ich keine Schlange? What? What? Na gut, dann, äh, halt nicht. Lol. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Das ist wirklich schon eine Shortcut-Ecke hier. Ja. Na gut, ähm, dann werde ich... Ach, zack. Gucken, dass ich oben den Weg noch frei kriege. Ich hab dann nicht mal so viel Energie, aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja! Das klappt. Yay! Yay! Na mal gucken. Oh, die Musik ist... Warte, mach mal ein bisschen leiser. Sorry. Die Musik ist echt laut wieder gerade. Oh! Diese Macht ist noch unerreichbar. Das ist jetzt ein... Das andere war ein, äh, Bär. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Affe. Hu, 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 hu. Okay. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwie sowas wie Edelsteine finde. Da ist nochmal so ein... ein Pupsi. Hm, eine Kraft ist aber auch schon fast leer. This is not fine. Oh. Ich muss gleich umdrehen. Oh mein Gott, das ist auch schon mega. Oh. Okay, cool. Ist aber auch schon wieder sehr spät. Ich muss eh umdrehen. Leute, siehs. Dann schnell nach Hause. Hat's ja schon fast ein bisschen gelohnt, ne? Ich bin zufrieden. Gut, dann gehen wir hier rum zurück. Hier ist auch wieder anscheinend irgendwas. Ah, ist alles sehr verwinkelt hier. Das gefällt mir aber. Es ist gerade nicht verwinkelt genug, dass ich einen Überblick verliere. Aber verwinkelt genug, äh, um mich, äh, zu fördern. Und zu fordern. So. Yay. Cool, cool, cool. Annemarie, ich war auf einem Abenteuer. Du wirst es nicht glauben, was ich alles gesehen habe. Edelsteine und, äh, Steine und Felswände. Irgend so was. Was man halt so sieht, Annemarie. Du glaubst es einfach nicht. Kannst du auch damit reden. Nein. Es war so wundervoll. Ja. So, Annemarie. Du darfst jetzt nur, äh, schlafen gehen. Ich werde da mal ein Ding einsortieren nochmal, wenn wir hier sehen. Ist eh nichts dabei. Oh boy. Das ist viel Obsidian. Das ist gut. So. Ich hab auf Screen ein bisschen Holz gesammelt. Schon noch fast leer. Steine, das kriegt man immer so nebenbei, wenn man da rumgräbt. Aber Obsidian, das ist nochmal ein anderer Level. Oh mein Gott. Yes. Wie viel hab ich mehr getragen? Oh wow, 81. Doch so schlecht. Mist, ey. So ein Mist. Speichern. Huhu. Was geht ab, Leute? Was haben wir denn? Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Zeck ist zurück und hat eine neue Idee. Ähm. Ein Geschenk der Jakuans. Oh. Wenn du frischen Fisch genauso gerne magst wie wir, wird dir dieses Rezept vielleicht auch gefallen. Sushi. Oh, nice. Dankeschön. Zeck ist zurück mit den Samaräten und hier muss man noch das ganze Zeck ausarbeiten. Ich brauche dafür noch mehr. Ja. Ja, für die Trolla brauche ich irgendwie 500. Da haben wir fast. Und für die andere brauche ich dann auch eine Sonnenblume. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Oh, kann man das ernten? Ja. Sesam. Sieht doch ganz gut aus. Was haben wir hier? Auberginis. Ich gehe mal alles ein bisschen durch. Nochmal Tomaten. Was ist das hier? Äh. Nochmal Auberginis. Oh. Süßkartoffeln. Ich weiß, ob die das letzte Zimmer auch schon fertig waren. Ich habe es noch nicht gesehen. Und was weiß ich denn schon. So. Okay, okay, okay. Hier auch nochmal Tomaten. Okay. Nice. So, Schlüssel nochmal. Komm, einfach rein damit. Okay. Jetzt muss ich das bewässern. Oh mein Gott. Ich bin schon froh, dass ich jetzt hier dreimal auf einmal bewässern kann. Dass ich jetzt durch Zufall neulich nicht mitgekriegt habe. Das war so schlimm, ey. Ich bin nicht sehr schlau anscheinend. Aber okay. Schlau genug, um es durch Zufall dann doch zu finden. Könnte man auch Glück nennen. Aber, hey. Was war das hier oben nochmal? Das sieht voll schön aus. Wie irgendwelche kleinen, großen, Dahlien, whatever Sträucher. So. So. Oh. Hallo. Na? Meine Dame. Ob die Straußen auch Eier legen? Bestimmt. Vielleicht brauche Annemarie mal wieder eine neue Frisur. Hm. Wir werden es schon sehen. So. Alles klar. Mal das hier schon mal fertig. Äh. Was ist das denn hier? Tomate. Bessere Qualität. Das ist eine Fallen nach oben Tomate. Das ist anscheinend besser als eine Punkt in der Ecke Tomate. Wilde Süßkartoffeln. Das ganze wilde Zeug. Oh, such den Granatapfel. Den behalte ich. Lol. Ich weiß nicht wieso, aber ich tue es. Annemarie, komm mal ran. Annemarie, wo bist du? Wo bist du? Da. Annemarie. Mal auf. So. Dann schmerzen wir mal. Das rein und das und das und das nicht. Aber das. Und dann das hier. Okay. Cool, cool, cool. Oh. Ja. Erzähl mal hier. Was hast du denn jetzt rausgefunden? Auf dem Weg. Das Salz zu holen hatte ich eine Idee. Wie wäre es, wenn ich die Ressourcen zwischen den Clans tauschen würde? Also habe ich unterwegs ein paar zusätzliche Dinge mitgenommen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas tauschen möchtest. Oh mein Gott. Bestand. Ach, Rat. Pudermehl, Straußenei, Hirsesamen, kleines Korn voller Genuss, Wild-Alma-Saft. Das hätte ich schon gerne. Kein gutes Angebot. Ah. Ich brauche erstmal Zeug zum tauschen. Ich glaube, jetzt sind nur die beiden Flitzpiepen-Dingo da mit. Flitzpiepen-Dingo? Ich hoffe, Iloa hat nichts dagegen, wenn ich auch Pflanzen für Ada finde. Nock muss auch Pflanzen. Ich habe das Gefühl, dass sie für mir Geschenke wollen. Ich habe keinen Bock, denn Sachen zu schenken. So. Das hier muss noch alles ausgearbeitet werden. Oh mein Gott. Sonst können die nichts machen. Machen. Wie gemein. Ähm. Ich könnte höchstens hier mal... Oh, das fällt jetzt nach. Ich muss mich hier ein bisschen... Bissl, bissl. Ähm. Ich kappe ja theoretisch. Ich kann das eigentlich auch so umgraben. Warte mal. Ich muss mal hier mal ein bisschen nochmal rumprobieren. So. So. Ähm. So. Ähm. Ja, genau. Machen wir den hier. Ich mache hier mal die Reihe hier unten nochmal ein bisschen größer. Damit wir noch mehr anpflanzen können. Das ist doch wunderbar, oder? Ich bin halt eine motivierte Mitarbeiterin. Das nehme ich mal noch. Erdmann sind ganz cool. Die sind auch dann schnell weg. Ähm. Ich weiß nicht. Was nehme ich denn mal noch? Schön, dass die ganzen Sachen, die ich nicht habe, auch mit angezeigt werden. Danke, Spiel. Ja, komm, Erdmann. Los geht's. Höh. Annemarie. Ich bin hier... Ich bin hier mit wichtigen Dingen beschäftigt. So. Was wollte ich denn nochmal? Ich kann dann vielleicht nochmal ein paar Sonnenblumen sammeln. Oh, was haben wir denn hier? Da ist die daraus wie Ernte. Ich dachte gerade ohne Scheiß, dass da ein Ei runtergefallen ist. Ich bin so eine doofe Nuss. Okay, cool. Wir haben jetzt Granatapfel und Datteln. Das ist ja auch schon mal fast gar nicht schlecht. Aber auch nur fast. Okay, cool. Ähm. Dann würde ich jetzt hier... Warte mal. Ich habe doch Steine. Steinies. Das... Das sind keine Steine. Das sind Steine. Ähm. Hier so, denke ich. noch mal steinwege ich weiß es doch auch nicht ich habe jetzt noch sechs steinwege verstehe ich gerade nicht dass das das hier so ein mädel was machst du nur das ist nicht okay das ist steinweg da weg das problem ist nämlich dass man da drunter dass man nicht sieht deswegen muss unter dem hier ein steinfeld sein und ja ich habe vor dass hier alles auch noch so zu bedingen das ist übrigens das offizielle wort für das was ich hier vorhabe bedingen zack jetzt geht das ja keine ahnung na du pupsi ok cool ja nein ich glaube ich müsste mal was kochen das weiß ich mal schon bohnen und das hier vielleicht und ich weiß es doch auch nicht ich nehme einfach mal irgendwas mit und gucke was passiert ja vielleicht noch das vielleicht noch ich gucke einfach mal was geht ab meine freunde was kann ich so kochen ich kann kochen gebratenen fisch gemüse eintopf und gemischter salat gemüse eintopf ist sogar besser oh ja liebe leute ja master of stamina no fatigue nice so da kann ich jetzt nämlich was schnappulieren davon so viel spiel ich auch wenn ich was gegessen habe girl i feel you ist gut dass morgen meine hacke fertig ist aber ich heute hier schon einfach mal alles umgrabe ich kann es einfach nicht erwarten und mein vergangenheit mein zukunfts ich hasst mich übrigens richtig doll weil zukunfts ist dass alles sie dann auch gießen doch gerade mein zukunfts ich aus ja zukunftsjummi das ist nicht mein problem kümmer du dich da mal drum lol was für eine idiote die darf sich darum kümmern 123 so würde mir stinken du zu sein zukunftsjummi so cool ja damit hier unten hat eben das zeugnis dran wächst das ist halt sonst sehr hart verwirrend für mich so cool ja was mache ich jetzt hier auf dem jahr ist jetzt hier das ein bisserl bisserl stüssel paar hülsen fruchtis und ich weiß nicht ich weiß auch nicht was brauche ich mal noch an naja von mir aus hier noch aubergenies was weiß ich irrschen so ein zeug halt gut leute dann bin ich auf heute auch schon mal fertig würde ich mal fast behaupten ich bedanke mich bei euch fürs zusehen und sage einfach mal ciao bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt jume let's play roots of patscha bye